Oli! Yes! Oh, Tio, Tio, Tio! Jetzt! Für die Hände weiß wieder Max Kowalsch und Marcel Schattmann, zweite Reaktion! Und der Block von Flori Glavistain, 21,18! Spiel, Satz und Sieg! Und somit starten auch die beiden Niederländer, perfekt in dieses Turnier! 21,16,21,18! Wir gratulieren recht herzlich! Und er ist zu lang, und somit 21,13! Spiel, Satz und Sieg! Perfekt eingestiegen in das Turnier! Hey! Woo! Super! 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 Applaus